Leitgöp Wohnbau gehört zu den führenden gewerblichen Wohnbauträgern im Bundesland Salzburg und ist spezialisiert auf den geförderten Wohnbau sowie den exklusiven Wohnungsbau. Nun errichtet die Leitgöp Firmengruppe an der Münchner Bundesstraße ein Objekt, in dem 49 Eigentumswohnungen entstehen. Die Firma Leitgöp Wohnbau errichtet an der Münchner Bundesstraße Eigentumswohnungen in verschiedenen Größen und zu fairen Preisen. In der Münchner Bundesstraße entstehen ca. 50 Eigentumswohnungen, zwei-, drei- und vierzimmerwohnungen. Es werden zwei kompakte Baukörper errichtet in Massivbauweise. Es ist eine großzügige Tiefgarage dabei und die Wohnungen werden über einen Lift aufgeschlossen. Großzügige Gärten, Terrassen und Balkone, wobei diese wiederum in exklusiver Ausstattung mit Holzböden errichtet werden, runden das Bauvorhaben als Ganzes ab. Die Wohnanlage wird mittels Fernwärme aus Biomasse versorgt und ist die Basis dafür, dass 19 Energiepunkte für Förderzwecke erzielt werden konnten. Also ein energietechnisch sehr hochwertiges Projekt. Dieses Projekt wird in einer Bauzeit von ca. eineinhalb Jahren abgewickelt. Es sind vorwiegend Unternehmen und Fachplaner aus der Region beschäftigt, ca. 40 an der Zahl, welche wiederum hunderte Arbeitsplätze in der Region sichern. Seit 1995 realisiert Leitgüb Wohnbau gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen Projekte im ganzen Bundesland. Die Firma Leitgüb Wohnbau hat zurzeit ca. 30 verschiedene Projekte im gesamten Bundesland im Angebot. Beginnend in Pinzgau, wo einige neue Projekte auch entstehen, z.B. in Mittersiel, Biesendorf, in Bruck an der Glocknerstraße, aber auch in Maishofen entsteht gerade ein neues, tolles Projekt. Leitgüb Wohnbau ist der führende gewerbliche Wohnbauträger im Bundesland Salzburg. Wir bieten flächendeckend von geförderten Reihenhaus- und Eigentumswohnungen bis hin zur Luxuswohnung in der Stadt Salzburg unseren Kunden alles an, was das Wohnherz begehrt. Wir sind seit rund 20 Jahren im Bundesland Salzburg ein renommiertes Unternehmen und garantieren Top-Qualität zum leistbaren Preis. Am Projekt an der Münchner Bundesstraße wird schon seit einiger Zeit gearbeitet und der Bau schreitet zügig voran. Das Zusammenspiel der verbundenen Unternehmen funktioniert perfekt. Die Leitgüb Wohnbau errichtet und plant grundsätzlich mit den verbundenen Unternehmen die Projekte selbst. Einen wesentlichen Anteil hat dabei die Knausieder und Partner, die die technischen Belange für die Leitgüb Wohnbau abwickelt, die die Firmen vor Ort dann koordiniert, steuert und auch die begleitende Bauüberwachung macht. Mit Leitgüb Wohnbau findet man auf der Suche nach einer geeigneten Wohnmöglichkeit mit Sicherheit den richtigen Partner. Wir können hier bei diesem Projekt unseren Kunden noch zwei, drei und vier Zimmerwohnungen anbieten. Auch hat man die Möglichkeit, über die Salzburger Wohnbauförderung zu finanzieren. Das ist ein tolles Finanzierungsmodell von der Single-Wohnung bis zur Familienwohnung. Und gerne beraten unsere Mitarbeiter auch in einem persönlichen Gespräch, das natürlich kostenlos ist über die Berechnung, Anzahlung und die monatliche Rückzahlung der Wohnbauförderung. Unsere Firmengruppe arbeitet nach dem Motto alles aus erster und einer Hand. Der Kunde genießt somit eine Rundumbetreuung. Dies beginnt beim Ankauf der Wohnung oder des Reihenhauses über Planungsänderungen, Finanzierung, Wohnbauförderungsabwicklung und Versicherung des neuen Heimes. Wir decken somit alle Belange eines Immobilienkaufes ab. Die Fertigstellung des Bauvorhabens an der Münchner Bundesstraße ist für Sommer 2014 geplant.